Ich glaube, das hat uns auch vielleicht gefehlt noch vor dem Turnier, dass wir wirklich mal Spielfreude hatten, uns das angesehen hat. Ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich jetzt auch vom Spiel mitgenommen habe. Ja, dass Schweiz vielleicht auch nicht das Kaliber ist, was uns vielleicht bei der EM erwarten kann. Das kann man, glaube ich, ehrlicherweise auch so sagen. Aber trotzdem ist es wichtig, auch gegen so einen Gegner dann auch am Ende so zu spielen und sieben Tore zu schießen. Deshalb, glaube ich, war es ein sehr erfolgreiches Spiel. Ja, ich glaube, wir gehen nicht zum Friseur. Keine Zeit für. Ja, ich glaube, alle Mädels werden nochmal nach Hause fahren, zur Familie. Nochmal ein bisschen Kraft tanken, die Liebsten um sich haben. Ich glaube, das ist für uns jetzt das Wichtigste, weil wir natürlich auch viel Zeit jetzt mit der Mannschaft verbringen. Ich glaube, das ist für uns so, das Rezept nochmal runterzukommen und dann mit voller Kraft nach England zu fliegen.